Oh mein Gott Was ist das denn? Das ist meine Eltern? Das ist eine ganz große Klasse Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann Jetzt geht es dir, glaube ich, richtig ab Ich habe keine Ahnung, Dillie Dallion Honey, take Duck into the office And barricade the living hell out of the door behind me Glenn, when you hear me honking in the alley Start getting people out of here You got it Doug, Carly and Lee You guys make sure our defenses stay up till then And Lee, I better take that axe Just in case I run into any of them on the way to my truck Here you go Als er fährt, hätte ich einfach Oh shit, you three, get on it I'll get back as fast as I can Stay away from the windows Yeah, I, I, I Help mir ja gerne schon We don't make it through this You should know that I think you're a great guy Okay, then Oh shit, I'm done Doug, if we don't make it through this You should know You should know I'm done How cool is this thing You know what? Huh? That I should know Oh shit 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 der Exakt singt hell, da muss er ganz schön nebte sein oh man, oh man der ist, ne da muss ich mich schon wieder entscheiden, ne oder die ich glaube ich rette die Frau oh scheiße ok der sieht ziemlich im Arsch aus oh mein Gott muss er jetzt auch laufen oder das NEIN lass dich in Ruhr du scheiß Schrampe die hat doch da so'n, so'n ne die ist in Ordnung gut was bist du für'n Buzzy oh man ja komm ich nehm das gerne an, komm besonders ein guter Freund Alter, das ist da voll was ein asozialer Penner ich rette den und hole seine scheiß Kackpillen und der haut mich da zusammen oh man genug so hier, ja auf der sicheren Seite checken die das alle nicht siehst du die Mutter, aber ich glaub die die Asale, zumindest ähnlich was geht denn da hinten ich glaube ich muss Atlanta ja ich hab Freunde da und ich kann einfach nicht hier bleiben und wissen, dass sie in der Stadt es klingt wie niemand weiß was da passiert wenn wir ein paar Tage vorgekommen könnte man auch gehen ich muss meine Chancen nehmen ich glaub da fängts an mit Glenn also man weiß wenn man die Serie guckt hat die erste Staffel da trifft man da trifft Rick ja Glenn in Atlanta vielleicht bei seinen Freunden you gotta do what you gotta do find your friends ja ich glaub das ist das beste you gotta do what you gotta do and I gotta do this I respect her you guys be safe we'll try and we you know if this doesn't get better people are going to give up if they go from upstairs are you just gonna let them you told Carly to give her the gun yeah I did maybe you were right I don't know how to handle something like that anyway see you around yeah vielleicht sieht man sich irgendwann wieder Glenn boah ich geh jetzt erstmal zu diesen einem Penner hey kann ich gar nicht laufen doch hier gibt's nicht großartig viele Möglichkeiten ich denk mal thank you thank you close call back there thanks for picking me up no problem we have to take care of each other yeah we do hey about Clementine yeah earlier I said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her you do well I still think that's true but after what I saw today I think between you taking care of her and her taking care of herself you two are gonna be just fine thanks kitty you got it you got it how are you doing Carly I'm okay you know considering I do yeah I can't stop thinking about Doug we couldn't have saved him could we I don't think so it happened pretty fast I know it's stupid we just met and he was such a it's just that I think that I liked him I'm sure he liked you too that's his best I'm sure he liked you too you better have anyway I'd rather be alone I think I understand wait Lee what is it how did you choose we both needed you we both needed you you picked me I needed help let's go I was gonna help you both but you helped me first yeah I did I just wish we both could have made it you know me too Carly cut yeah yeah 13 and that's not there okay I think that's but you know what he was oh and then Hey, Duck, du willst du es für einen Moment coolen? Okay, sorry. Ich bin sorry, dass es nicht viele Kinder hier gibt. Nein, es ist nicht so. Es ist... Ich habe wieder getrennt. Ich war da, aber... Ich bin, und mein Walkie-Talkie broke. Glenn hat den anderen. Oh. So? Es kann uns nicht wirklich helfen. Aber ich weiß, es ist einfach... Ich muss es. Ich weiß, dass es keinen Sinn macht, aber es ist wie ich mit meiner Mutter und Vater zu sprechen. Und jetzt sind sie weg. Es ist weg. Vielleicht können wir dich noch einen finden. Ich werde nur diesen, glaube ich. Lee, komm hier für einen Moment. Hm. Ich gehe mit diesem. Oh, Mann! Clementine, eine andere Sache. Was du willst? Du möchtest meine Däute? Wer ist denn nun mal deine Däute? Sie ist gut. Gut, hm? Na, ich bin einfach nur dich, Lee Everett. Das ist richtig. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß, dass du ein Böder bist. Und du gehst nach meiner Däute oder kommst aus der Linie einmal! Und so will jeder anderen. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß nicht, was dir passiert, aber wenn alles zu meiner Däute passiert, oder die kleine Däute, die du mit dir hast, Ich weiß nicht, wie du siehst. Hoffentlich wird der umgebracht. Hast du einen Moment? Mein Vater wäre tot, wenn es nicht für dich wäre. Der Mann, Doug, ist tot, weil ich mich. Du kannst nicht so sein. Du bist nur ein Mann. Wir sind glücklich, dass du dich haben möchtest. Und jetzt ist deine. Ich hoffe, das ist der Sound, dass wir uns gewinnen in diesem Ding. Ich auch. Das Motorrad ist ziemlich defendlich. Wir blocken die Entrennungen mit einigen Autos, halten uns jemanden auf der Seite. Wir können hier bleiben, bis die Militärin durchführen. Ich glaube, das Plan ist. Ich auch. Wir haben die Böder, wir haben Wasser, und, am wichtigsten, wir haben Licht. Wir haben die Schmerzen, wo wir nach Hause kommen. Ja, du bist richtig. Und du weißt, Leute, ich glaube, es wird okay sein. Ich dachte, wir würden gut sein, dass wir die Walkern überwinden. Ich erinnere mich, dass sie uns auslösen würden. Ich möchte, dass ihr das, okay? In case, ihr oder Clementine beginnt fühlt sich zu schmerzen. Du wirst nicht mehr wissen, Gott. Wie geht's mit Clementine? Ich bin wirklich fach, Lee. Wir müssen Essen bekommen, Lee. Soon. Hallo, ich bin Andrew St. John. Wir sind von St. John Derry. Es ist schön. Nichts, was passiert mit den Walkern an Herschel's Farm. Du wählst die Kinder, diese Zeit. Was kommt, Lee. Was ist. We're gonna be a war. Walker, wenn wir nicht mit den Wörtern sind. Es ist wichtig, wenn wir nicht mit den Wörternen kommen. Wir sollenen. Es ist eine Wörter. Es ist eine Wörter. Oh, 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 oh Das verspricht ja mal einiges Da bin ich mal richtig gespannt, was daraus sich jetzt entwickeln wird So, was haben wir denn da? Lie to Herschel 20% of players were almost Achso, klar Ach, hier sind so ein paar Sachen, Entscheidungen, die ich hätte machen können Who would you save, Doug or Carly? Ho, 76% haben Carly gechoost, also ausgewählt, wie geil Irene the Gun? Alter, nur 45%? Warum wollt ihr die leiden lassen, ihr Schweine? Ja, kenn ich das Da verstehe ich auch nicht, dass man nicht so loyal für Kenny ist, also nicht so zu ihm steht Doug or Sean Was? 47% haben Sean? Achso, ja, klar, das dachte ich mir Haben nur Sean gewählt, ja, ich wusste es nicht Ich wollte, ich warte ja bis einem bestimmten Punkt gespielt, da war ich ja Bis zur Farm, ich wollte einfach gucken, was passiert, wenn ich Doug wähle Ach Quatsch, äh, wenn ich Sean wähle, aber anscheinend stirbt Sean sowieso Und Leight to Herschel Da hab ich die Wahrheit gesagt Ja gut, dann haben wir alles jetzt hier erfahren Ähm, ich denke mal Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder Ich hoffe, es hat euch gefallen Mir hat es auf jeden Fall gefallen Wir sehen uns also dann Tschüss Ich hoffe, es hat euch gefallen